Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Alarmexperte. Heute für Dessau mit dem Thema Notfallknopf. Herzlich willkommen bei Alarmexperte. Heute wieder mit meinem Experten, dem Marco und mit mir, mit Christoph. Ich habe heute den geheimnisvollen Red Button dabei. Marco, was machen wir mit dem? Der wird in die Alarmanlage eingepflegt und wird je nach Kundenwunsch programmiert. Das bedeutet, wir können entweder einen medizinischen Alarm draufsetzen, einen Notfallalarm oder wie häufig praktiziert als Panikalarm. Hier können wir unterscheiden in einem lauten Alarm oder in einem stillen Panikalarm. Was natürlich der Vorteil ist, dass wenn jetzt gerade ein Räuber vor mir steht und ich den lauten Alarm auslösen würde, weiß man immer nicht, wie er reagiert. Deshalb meist Stillalarm, einfach um die Leitstelle zu informieren und den Verbrecher eben nicht in Alarmbereitschaft zu setzen, dass irgendwas passiert ist. Das heißt, lauter Alarm bedeutet, die Alarmsirene geht mit an und bei einem stillen Alarm wird nur eine Meldung an die Leitstelle geschickt, dass von dort Interventionskräfte alarmiert werden. Da ist gerade was Akutes, da muss dringend Hilfe geschickt werden. Richtig. Der Panikbutton oder der Überfallknopf wird immer fest installiert oder habe ich den am Mann? Das ist unterschiedlich. Es gibt Kunden, die möchten ihn fest installiert haben, beispielsweise in der Nähe der Kasse. Es gibt aber auch Kunden, die ihn eben als medizinischen Alarm nutzen. Den hängen sie sich dann in einer Tasche um den Hals, dass wenn sie irgendwann ein medizinisches Bedürfnis haben, im Haus irgendwo, dass sie nicht erst probieren müssen, an einen bestimmten Ort zu kommen, sondern in die Tasche greifen und Interventionen auslösen. Und als Überfallknopf habe ich im Prinzip das, was man aus den Gangsterfilmen kennt. Wenn ein Banküberfall ist, wird immer der Knopf unter den Tisch gedrückt. Das ist exakt das. Auch für kleinere Unternehmen super geeignet. Genau. Danke Marco. Gerne. Klicken Sie jetzt auf alarmexperte.de und Sie erhalten weitere Informationen und eine kostenfreie Beratung.